Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute möchte ich mir mit euch gemeinsam den neuesten Neuzugang zur Smartwatch Kollektion hier bei mir im Arbeitszimmer einmal angucken. Ihr seht hier meine vergangenen Smartwatches oder vielmehr die Uhren zu denen ihr vielleicht schon Videos auf diesem Kanal gesehen habt aus der Samsung Galaxy Watch Reihe. Und jetzt ganz neu im Portfolio die UI Watch 3 Pro als neuesten Neuzugang den wir uns in einer kleinen Serie mal wieder gemeinsam anschauen wollen. Und heute legen wir mal los mit der Einrichtung, also den ersten Schritten sozusagen die man tun muss. Viel Spaß mit diesem kleinen Video. So und dann starten wir die Uhr zum ersten Mal und dazu brauchen wir hier auf der rechten Seite diese drehbare Krone, denn das ist der Ein-Ausschalter für die Uhr. Einfach mal lange gedrückt halten und dann kommt gleich der Boot Screen und da sehen wir schon das Display springt an und wir starten das erste Mal in die UI Smartwatch Welt. Ich habe bisher tatsächlich auch noch keine UI Smartwatch gehabt, von daher ist es jetzt das erste Mal, dass ich mir eine solche Uhr jetzt im Startprozess anschaue. Das Betriebssystem ist ein neues, gibt es noch nicht seit so vielen Generationen der UI Smartwatches und zwar ist das Harmony OS, hier sehen wir es auch nochmal. Das heißt weder Wear OS oder die neue Generation von Wear OS noch irgendein anderes bekanntes System sozusagen, sondern eine Eigenproduktion von UI. Bringt natürlich Vor- und Nachteile mit sich, da kommen wir dann aber in den späteren Videos nochmal drauf. Ihr könnt zum Beispiel natürlich dann nicht auf die offiziellen App Stores zugreifen sozusagen, sondern da seid ihr in der UI Welt etwas gefangen. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für die späteren Videos, jetzt gucken wir erstmal, wie wir uns hier in die Einrichtung begeben können. Dazu könnt ihr entweder rechts mit der Krone drehen, dann bedient ihr das Menü oder aber auch einfach per Touchscreen wischen. Und der erste Schritt, den ihr tun müsst, ist die UI Health App zu installieren und zwar unter anderem oder beziehungsweise eine Alternative wäre dieser QR-Code. Ich zeige euch gleich aber noch eine weitere Alternative und auch eine, über die es eben nicht funktioniert. Also gespannt sein für den nächsten Teil des Videos. So und jetzt haben wir auch das Smartphone zur Hand genommen, wie gerade eben gesagt, hier auf der rechten Seite auf der Uhr nochmal der QR-Code, den ihr natürlich verwenden könnt zum Scannen. Da kommt ihr auch direkt auf eine UI-Seite, wo ihr das Ganze downloaden könnt. Ich würde euch aber noch auf eine kleine Sache hinweisen und zwar im Google Play Store. Die Version, die da von UI Health hinterlegt ist, das seht ihr hier schon, die hat a einen relativ niedrigen Versionsstand, das könnt ihr natürlich nicht wissen, aber es ist so. Und b ist im Juli letzten Jahres zuletzt aktualisiert worden. Das heißt mit dieser App funktioniert oder hat es zumindest bei mir nicht funktioniert. Deswegen einmal über den QR-Code gehen oder einfach bei Google nach der UI Health App suchen. Dann könnt ihr hier oben auch über jetzt installieren das Ganze herunterladen. Seid dann natürlich außerhalb vom Play Store, das muss natürlich klar sein. Das gilt im Übrigen nur für Smartphones, die nicht schon die UI App Gallery installiert haben. Da sieht die Welt wieder anders aus. Hier bei mir oder auf den meisten Smartphones, die nicht von UI sind, sollte die UI App Gallery ja auch nicht pauschal schon vorinstalliert sein. Jetzt seht ihr hier, wir starten zum ersten Mal auch die UI Health App. Wir müssen ein paar Bedingungen zustimmen zum Start und hier auch einige Dinge zulassen. Das gehört zum abschließenden Prozess nachher einfach mit dazu. Hat relativ einfache Gründe. Ihr wollt ja nachher auch mit der Uhr telefonieren und so weiter und so fort. Deswegen kommen nachher noch einige Berechtigungen sogar auch dazu. So, jetzt schauen wir uns aber erstmal an, wie die ganze Verknüpfung stattfindet. Einmal unten auf Geräte und dann seht ihr hier, wenn ihr die Ortung zulasst, dann wird nach eurer Uhr gescannt. Und im Optimalfall, und wir haben sie ja gerade schon in diesen Zustand versetzt, klappt das Ganze auch. Auch hier oben hat er jetzt was noch nicht runtergeladen, ein paar Resources, das holen wir nach. Jetzt seht ihr hier, die Uhr ist erkannt. Wir sehen, die Uhr ist im Zustand der Kopplung. Und jetzt können wir links auf Link gehen. Ich glaube, im Deutschen heißt es dann Koppeln oder so was oder Verbinden, wie auch immer. Der Button ist der gleiche. Und jetzt geht es weiter mit der Anmeldung für die URY-ID. Ohne die habe ich es nicht hinbekommen, die Uhr einzurichten. Falls ihr da einen Tipp habt, wie es ohne geht, lasst es mich gerne wissen. Entweder geht ihr jetzt oben auf Anmelden, falls ihr schon eine ID habt oder unten auf Registrieren. Dann könnt ihr quasi in den Prozess weiter fortschreiten. So, und wenn ihr euch dann angemeldet habt, dann geht es weiter mit der Kopplung. Ihr seht hier, die Kopplung findet weiter statt. Es kann sein, dass zwischendurch ihr noch einmal gebeten werdet, auf der Uhr und auch auf dem Smartphone zu bestätigen, dass ihr die beiden Geräte miteinander koppeln möchtet. Und danach müsst ihr dann notgedrungen den Nutzungsbedingungen zustimmen, denn sonst geht es nicht weiter. Bei den weiteren Schritten ist es dann so, da habt ihr die Option, das auch zu deaktivieren bzw. nicht zuzustimmen. Hier in dem Fall ist es noch die Aktualisierung des Kernels. Im nächsten Schritt sind es dann die verbesserten Services, wobei da macht es tatsächlich Sinn, zumindest in Teilen das Ganze auch zu akzeptieren, denn Standort-Services macht durchaus Sinn, während Verbesserungsstatistiken vielleicht nicht unbedingt Sinn macht. Das müsst ihr dann für euch selber entscheiden. Ja, und wenn ihr den Schritt dann gemacht habt, dann geht es weiter mit der finalen Kopplung und ihr hört im Optimalfall dieses Geräusch, welches euch dann signalisiert, dass die Kopplung erfolgreich war. Und ihr habt es hier gerade eben auf der Uhr gesehen und auch auf dem Smartphone sehen wir es jetzt. Es hat geklappt. Im nächsten Schritt müsst ihr noch die Berechtigung für die Benachrichtigung setzen, denn ihr wollt ja, dass nachher auf eurer Uhr auch Benachrichtigungen von WhatsApp, von Gmail oder was auch immer, SMS, Anrufe und so weiter und so fort ankommen. Deswegen müsst ihr in den Berechtigungen eures Smartphones, in der Android-Berechtigungswelt sozusagen, dann hier noch die entsprechende Berechtigung für die UI Health-App aktivieren. Denn das bedeutet, dass ihr einfach die Verknüpfung schafft zwischen Benachrichtigungen auf eurem Smartphone und der Weiterleitung an die Uhr. Das ist notwendig, ansonsten funktioniert es nicht. Dann könnt ihr nachher hier auch noch einiges auswählen, aber das zeige ich euch im nächsten Teil dieses Videos, wenn wir uns die UI Health-App nochmal ganz genau anschauen. Ja, damit ist die Kopplung fast schon vollzogen. Ihr bekommt hier noch eine kleine Info unten und im nächsten Schritt seht ihr, dass wir jetzt noch einige Berechtigungen zulassen müssen, um eben mit der Uhr zu telefonieren, SMS abzurufen und so weiter und so fort. All das sind die Berechtigungen, die jetzt noch nötig sind. Ihr könnt noch eure ID mit der Cloud synchronisieren, müsst ihr euch selber überlegen, ob das Sinn macht und bekommt einen Hinweis, dass die Uhr immer ein Zwei-Finger-Breit vom Handgelenk aus getragen werden soll. Damit sind wir durch. Das heißt, die Einrichtung hat geklappt. Wenn sie nicht geklappt hat, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, an welcher Stelle ihr scheitert. Dann versuche ich euch da noch ein bisschen weiter zu helfen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen oder auch auf Abonnieren klicken, insbesondere wenn ihr die nächsten Videos zur UI Watch 3 Pro nicht verpassen möchtet. Vielen Dank fürs Zusehen. Mir bleibt am Ende wie immer nichts anderes zu sagen als Alexa Kamera aus. Okay.